Besondere Momente schreien nach besonderen Handlungen und natürlich nach besonderen Sekten. Einen solchen Sekt habe ich euch heute mitgebracht, unsere La Principessa, unseren Rosé-Sekt. Und natürlich ist der einzige Weg, wie wir diesen zu Weihnachten richtig öffnen, dieser. Man nehme sich einen alten Säbel, alternativ auch gerne ein robustes, großes, langes Messer. Man reibe ihn lang der Naht, man entferne die Giraffe und die Kapsel und mit Schwung öffnet man die Flasche. Wir haben einen Rosé-Sekt, La Principessa. Das ist ein Sekt, der 24 Monate auf der Hefe gereift ist mit der klassischen Flaschengärung mit Totschampanoirs. Nur die besten Trauben haben ihren Weg hier rein gefunden. Ganz Traubenpressung, das ganz klassische Champagnerverfahren. Diesen Sekt gibt es jetzt seit fünf Jahren bei uns im Haus und ich freue mich sehr, dass er einige bei Ihnen zu Hause Weihnachten und Neujahr verschönern wird. Ich trinke auf Ihr Wohl. Ich wünsche Ihnen ein fröhliches und gesegnetes Fest und dann natürlich auch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.